Dominik, hier Moin. In diesem Video hat Ficus N2810 Pro im ersten Eindruck und das Einrichten. Ficus stellt interessante Linux-basierte und Windows-basierte NAS-Systeme hier. Ich habe hier so ein Mittelklasse-Oberklasse-Modell, sage ich jetzt einfach mal, in der 2-Bay-Serie mit sehr potenter Ausstattung und zwar ist es das N2810 Pro. Da ist ein Quad-Core, also Vier-Kern-Prozessor drin, Intel Celeron N3160. Der hat 1,6 GHz bis zum Turbo von 2,24 GHz und durch die vier Kerne kann er natürlich parallele Aufgaben ganz wunderbar, also jetzt einfach mal so daher erledigen. Das bedeutet, viele Benutzer greifen darauf zu, das geht mit vier Kernen natürlich ganz toll. Oder gleichzeitige Aufgaben, die erledigt werden müssen, wie das Streamen von Filmen einerseits, das Transkodieren, flüssige 4K-Wiedergabe und so weiter und so fort. Er hat 4 GB Arbeitsspeicher an Bord und geht bis zu 8 GB aufzurüsten. Und wir schauen uns das Gerät einfach mal von der Nähe an. Wir fangen von vorne an. Da haben wir einmal den Ein- und Ausschalter, der leuchtet auch blau, wenn man es anschaltet. Dann die LEDs für die LAN, für die Festplatten, ein Kopierbutton, einen USB-3-Anschluss und die Festplattenkäfige, die ziemlich hochwertig ausgeführt sind. Ich muss eins dazu sagen an der Stelle, es ist, und das siehst du jetzt gleich hier von oben auch einmal, eins der hochwertigsten NAS-Systeme, die ich hier bei mir hatte. Also ich bin ganz beeindruckt, wie man die bauen kann. Wir schauen uns das, wie gesagt, gleich an. Erstmal den Laufwerkskäfig. Ich kann hier drücken und selbstverständlich auch absperren. Ziehe den raus, Werkzeug los, mache ich die Festplatten hier hinein und das ist auch arretiert. Das heißt, es hält fest die Halterung hier. Drücke das mal wieder zurück mit einem Klacks. Schauen wir uns den Festplattenkäfig an. Also das ist schon ein bisschen was anderes als bei anderen Herstellern. Ich schiebe den wieder rein. Das war es von vorne. Ich möchte einmal kurz auf unten eingehen mit diesen ziemlich hübschen Füßchen. Das ist ganz nett gemacht. Ist aus Metall ausgeführt, also aus Aluminium, sag ich mal. Hinten haben wir einen kleinen Lüfter, der temperaturabhängig lüftet. So sollte das sein. Einmal das Kensington-Schloss. Zwei LAN-Anschlüsse, Gigabit selbstverständlich und für Link-Aggregation geeignet. Wir haben einmal HDMI 1.4b, wir haben zwei USB-3-Anschlüsse, SPDIF und Displayport 1.1a sowie einmal den Stromstecker. Und das finde ich ganz besonders nett. Das habe ich noch nicht gesehen an einem NAS, muss ich zugeben. Ich schließe den Strom hier an. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Und es wird mitgeliefert eine Sicherung für diesen Stromanschluss. Und zwar ist das das hier. Das packe ich jetzt so da rein, drücke es fest und kann dann mit diesem Teil hier den Stromanschluss einmal festmachen. Das finde ich ziemlich nice. So bleibt der nämlich da drin und kann, wenn ich das Gerät bewegen sollte, nicht versehentlich rausgenommen werden. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen und finde ich ziemlich cool. Das ist das Gerät von hinten, von vorne und von der Seite. Wie gesagt, ziemlich hochwertig ausgeführt. Hatte ich bisher noch nicht so auf meinem Tisch hier. Mal schauen, ob die inneren Werte ganz genauso sind, wie es von außen den Eindruck macht. Ich packe da wie üblich jetzt zwei Western Digital Red Festplatten hinein. Ich schließe das Ganze an mein Netzwerk an und wir schauen uns an, ob das Ficus OS sich genauso einfach einrichten lässt und was die Oberfläche für einen Eindruck macht, sowohl als auch der übliche Geschwindigkeitstest. So, ich habe das N2810 Pro an mein Netzwerk bereits angeschlossen und ganz vergessen zu sagen, was alles mit dem Gerät mitkommt. Und natürlich das Übliche, ein Netzwerkkabel kommt mit, Strom kommt mit, ganz klar, Netzteil. Dann die Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte und es kommt eine CD mit, die brauche ich aber nicht. Sowie vier Schlüssel für die Laufwerkskäfige und den gerade erwähnten, wie soll ich das jetzt nennen, Stromfesthalter oder, nein, Stromfesthalter ist falsch, ihr wisst, was ich meine. Wir richten das Ganze jetzt ein und zwar als erstes geht das über den Setup Wizard. Den Setup Wizard nehme ich jetzt aber mal nicht, weil das ist immer so ein Detekten von nicht installierten NAS-Systemen, also in dem Fall das N2810 Pro im Netzwerk. Ich gehe direkt über die Oberfläche hier von dem Ficus OS 7.0 und möchte das über die Web-Oberfläche machen, da ich dann nämlich zum Beispiel von Linux das Ganze auch tätigen kann oder von Systemen, wo ich mir keine Software installieren möchte. Das ist aber jedem selbst überlassen. Selbstverständlich würde ich empfehlen, über die Software zu gehen, wenn du das relativ einfach haben möchtest. Alternativ schauen wir uns das jetzt mal hier in der Oberfläche an. Ich habe hier die IP-Adresse meines Ficus N2810 Pro aufgerufen und logge mich jetzt mit Admin und dem Kennwort Admin ein. Nachdem ich mich einmal eingeloggt habe, stimme ich den Bedingungen hier zu und sage, okay. Okay, der System Initialization Wizard führt mich durch die ganzen Schritte, die ich tätigen muss. Ich habe ja die Platten gerade eingebaut und wie üblich muss ich nun noch ein Volume erstellen. Ich sage Create Rate und habe hier 2x4TB, wähle die beiden Schächte hier aus, klicke auf Next und sage, ich möchte ein Rate 1 haben, also eine Spiegelung und damit schütze ich sozusagen mein System vor einem Plattenausfall. Fällt mir nämlich eine Platte aus, dann kann ich diese ganz einfach austauschen. Der Spiegel wird wieder hergestellt und alles ist in Ordnung. Ich klicke also auf Next, nenne das ganze Volume. Die Stripe Size lasse ich an der Stelle so. Wenn du das ändern musst, weil du eine Spezialanwendung mit dem NAS vorhast, dann kannst du es an dieser Stelle tun. Ich habe da keine Spezialanwendung vor, bei mir kommen kleine Dateien, große Dateien und so weiter darauf. Das passt so. Und ich möchte nicht X4, sondern das BetterFS Dateisystem haben. Die restlichen Einstellungen lasse ich so, wie sie sind, für eine Verschlüsselung des Volumes. Müsste ich hier einmal die Encryption einschalten und ein entsprechend schweres Kennwort vergeben, will ich an der Stelle nicht. Wenn du dein Volume verschlüsseln möchtest, dann machst du es eben genau hier. Sage Create and Finish und sage als nächstes Do not show this next time. Als allererstes gehe ich hier auf den Admin und sage nicht Englisch, sondern ich möchte das Ganze hier einmal in Deutsch haben. Und jetzt habe ich nämlich eine deutsche Oberfläche. Nach der deutschen Oberfläche habe ich das NAS erstmal ins richtige Netzwerk gehängt. Wir hatten vorhin eine 192k IP-Adresse und jetzt sind wir im 10.1.1er Netz. Da befindet sich nämlich auch mein Computer und ich möchte das schon im selben Netz jetzt durchführen, der Fairnessheit halber. Denn immer gleiche Bedingungen. Kurz nach dem Aufsetzen kommt ja der Geschwindigkeitstest. Und um das jetzt durchzuführen, müssen wir als allererstes hier ein lokales Konto einrichten. Beim lokalen Konto auf diesem NAS richten wir wie üblich einmal den Dominik ein. Der Dominik ist ein Administrator. Gehe auf Weiter, er gehört zu den Users. Einen Ordner gibt es noch nicht und ich sage Erstellen. Jetzt haben wir den User Dominik und wenn wir schon dabei sind, aus Sicherheitsgründen, gehe ich gleich her und sage Kennwort des Administrators ändern, denn das war ja Admin, Admin, nicht ganz so mein Ding. Und damit ist auch das Kennwort des Admins gleich mitgeändert, wenn wir schon in den Benutzern einmal drin sind. Dann gehe ich als nächstes in den Punkt Freigabeordner und erstelle wie üblich den Ordnertest. Auf meinem Rate Volume gehe ich auf Benutzer ACL, sage, dass der Dominik hier lesen und schreiben darf. Gehe auf Anwenden. Und das sind die üblichen Bedingungen für den NAS-Test unter Windows. Einmal zu meinem Windows 10 gemäßelt. Starte den Explorer, gehe wieder auf dieser PC, gehe auf Computer, gehe auf Netzlaufwerk verbinden und schon ist mein Laufwerk da. Schließe mir einmal den Explorer, den da auch. Öffne mir meinen NAS-Tester und wie immer Laufwerk Z, 400 MB und drei Durchgänge. Schauen wir mal, wie schnell das Ficus 2810 Pro hier im Test ist mit den beiden Platten in meinem Netzwerk. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Bedenke bitte immer, es ist bei mir keine Laborumgebung. Ich will nicht das Marketing von den ganzen Herstellern einmal aufgreifen und sagen, hey, das NAS schreibt so und so viel MB die Sekunde, sondern es kommt ja auch darauf an, wie es bei dir zu Hause ist. Du schließt es an eine Fritzbox an, an meinetwegen besseren Switch an und erreichst nicht annähernd die Werte. Ja, warum? Weil es keine Laborumgebung ist, ganz klar, und nichts optimiert ist. Ich kann da natürlich hergehen und sagen, Link Aggregation und sage bei meinem Client, wenn er zwei Netzwerkanschlüsse hat, ebenfalls Link Aggregation. Stell dir die MTU-Size auch noch auf 9000 und übertrage hier keine 400 MB, sondern meinetwegen eine 5 GB Datei, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Wollen wir nicht, sondern echte Umgebung und echte Ergebnisse. Und das hier ist ja schon fast am Maximum von 1 GB, das sind nämlich 125 MB die Sekunde, die maximal drüber gehen würden. Das ist also erstmal die Grundeinrichtung von dem Ficus NAS, von dem Ficus OS. Ich habe die beiden Festplatten rein, ich habe es an mein Netz angeschlossen, wir haben Benutzer erstellt und Ordner in zukünftigen Videos. Und auch auf meiner Webseite unter NAS Ficus findest du alle weiteren Videos. Werde ich nämlich erstellen, wie greifst du im Netzwerk drauf zu. Dann konfigurieren wir im Detail und die Netzwerkdienste und natürlich auch Benutzerberechtigungen und was für Konzepte ich da gerne verfolge. Muss man nicht so machen, kann man so machen. Ich erkläre das dann in einem eigenen Video. Wir greifen über das Internet auf das Ficus NAS drauf zu. Schauen, was es noch so zu bieten hat und wie das Ficus OS denn in der Oberfläche sich so gibt, was es für Schwierigkeiten eventuell geben kann. Oder funktioniert es denn absolut einwandfrei? All das in weiteren Videos. Ich freue mich drauf und danke dir, dass du mein Video angesehen hast. Wie immer den Daumen hoch als kleine Unterstützung für mich. Das wäre wirklich klasse. Vielen Dank dafür und ein Abo meines Kanals. Da bleibst du auf dem aktuellen Stand natürlich nicht vergessen. Was hältst du von dem Ficus NAS? Wie soll es weitergehen? Du bestimmst, was in meinem Kanal läuft und deshalb ab in die Kommentare deine Meinung. Danke dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.